So üppig habe ich den auch schon gesagt. Aber ihr habt es doch ein bisschen lieber hier, oder? Ich mein, das Geld ist ein bisschen verkauf wie die Feigen. Guck wie hier die Pollen, oder? Ihr holt die nicht rein, ihr habt die nicht. Nein, der ist dann da. Obwohl der oben auch hoher war, siehst du da noch ein Stück höher. Aber hier wird der auch netto, weil hier immer die Luft gibt. Huch, worum ist das denn? Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Cheers. Cheers. Hello. Hello. Gong, you see.